Wenn die Klasse versagt, gibt es Ärger. München. Chaos, Tränen und jede Menge freche Sprüche, an der Götte Gesamtschule geht es wieder rund. Schuld daran sind natürlich Chantal, Dange und der Rest der Elfb. Die Chaos-Klasse soll im kommenden Schuljahr Abitur machen. Von Cordula Diegmann. Dumm nur, dass die Schüler keine Ziele haben und erst recht keine Lust, sich anzustrengen. Lehrer Zecki Müller ist verzweifelt. Denn wenn die Klasse versagt, erwartet ihn jede Menge Ärger. Wie soll er das bloß schaffen? Fuck You Goethe 3 ist das großartige Finale der Filmtrilogie, die mit ihren ersten beiden Teilen mehr als 15 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hat. Zum wohl letzten Mal war die ganze Götte Gesamtschule in München vor der Kamera versammelt. Er lassen Barik, gewohnt souverän als Lehrer Müller, Jäller Hase als Pampig lautet Chantal und Max von der Gröben als aggressiver Danger. Prominent auch das Lehrerteam mit Katja Riemann und Uschi Glas sowie Neuzugang Sandra Hüller als ziemlich verplanter, aber liebenswerter Pädagogin. Metz Hummels, David Alaba und Joshua Kimmich vom FC Bayern haben einen Gastauftritt. Mit dabei ist auch Chantas Mutter, Jackie, Pamela Knack, eine frustrierte Barbesitzerin mit Hang zum Alkohol, die das Selbstbewusstsein ihrer Tochter massiv untergräbt. Komisch und emotional Energiegeladen, sehr komisch und ungewohnt emotional führt Regisseur Bora Darktake in die Problemklasse durch die Höhen und Tiefen der Oberstufe, auch wenn eine Stelle hart an der Grenze des guten Geschmacks ist. Doch die Begeisterung und die Spielfreude des hervorragenden Ensembles lassen sämtliche Peinlichkeiten schnell vergessen. Außerdem hat der Film eine wichtige Botschaft, die im Schulalltag oft in Vergessenheit gerät, jeder hat eine Chance verdient. Und um die zu nutzen, braucht jeder mindestens einen Menschen, der an ihn glaubt. Dieser eine ist im Film vor allem Jackie Müller. Er hat selbst keine Lust auf Unterrichtfachschule, doch er weiß, dass die meisten seine Schüler als Problemjugendliche abstempeln würden, die nichts auf die Reihe bekommen. Chantal findet dafür die besten Worte, irgendwie fühlt es sich so an, als wenn jemand die Tür für die Zukunft zuhält. Im Kampf gegen Lustlosigkeit, Chaos und Drama überschreitet Müller sämtliche Regeln, etwa indem er seinen Schülern Computerchips unter die Haut schießen lässt. So kann er sie orten und an die Schule zerren, wenn sie mal wieder schwänzen. Problemschüler werden Jugendliche mit Geschichten. Besonders sehenswert, Sandra Hüller in einer eher ungewohnten Rolle, als Lehrerin, die wilde Partys feiert und sogar einen Drogenrausch erlebt. Sie und Mbarek sorgen für einen der bewegendsten Momente des Films, wenn die Schule in der Turnhalle zu einem Anti-Mobbing-Seminar zusammenkommt. Nicht mit Pädagogik, sondern mit schlichter, natürlicher Herzlichkeit bringen sie die Schüler dazu, die coole, rotzige Fassade fallen zu lassen und zu erzählen, was sie wirklich fühlen. Aus Problemschülern werden so Jugendliche mit Geschichten, die offenbaren, warum sie so oft aggressiv, laut und lustlos sind. Ein ungekünstelter Moment der Offenheit, der zu Herzen geht. Außerdem hat der Film eine wichtige Botschaft, die im Schulalltag oft in Vergessenheit gerät. Jeder hat eine Chance verdient. Und um die zu nutzen, braucht jeder mindestens einen Menschen, der an ihn glaubt. Dieser eine ist im Film vor allem Zecki Müller. Er hat selbst keine Lust auf Unterrichtfachschule, doch er weiß, dass die meisten seine Schüler als Problemjugendliche abstempeln würden, die nichts auf die Reihe bekommen. Chantal findet dafür die besten Worte, irgendwie fühlt es sich so an, als wenn jemand die Tür für die Zukunft zuhält. Im Kampf gegen Lustlosigkeit, Chaos und Drama überschreitet Müller sämtliche Regeln, etwa indem er seinen Schülern Computerchips unter die Haut schießen lässt. So kann er sie orten und an die Schule zerren, wenn sie mal wieder schwänzen. Problemschüler werden Jugendliche mit Geschichten. Besonders sehenswert, Sandra Hüller in einer eher ungewohnten Rolle, als Lehrerin, die wilde Partys feiert und sogar einen Drogenrausch erlebt. Sie und Mbarek sorgen für einen der bewegendsten Momente des Films, wenn die Schule in der Turnhalle zu einem Anti-Mobbing-Seminar zusammenkommt. Nicht mit Pädagogik, sondern mit schlichter, natürlicher Herzlichkeit bringen sie die Schüler dazu, die coole, rotzige Fassade fallen zu lassen und zu erzählen, was sie wirklich fühlen. Aus Problemschülern werden so Jugendliche mit Geschichten, die offenbaren, warum sie so oft aggressiv, laut und lustlos sind. Ein ungekünstelter Moment der Offenheit, der zu Herzen geht. Lehrer müssen mit Herz bei der Sache sein und einen Draht zu den Schülern haben, das macht der Film klar. Examensnoten? Nebensache. Dann schon lieber einen Schuss fröhlicher Anarchie im Stile Zeki Müllers, um den vielen lustlosen Schülern im Land etwas von der Neugier und Lernfreude zurückzugeben, mit der sie einst als Asklessler gestartet sind. Bis zur letzten Minute des Abspanns ist der fast zweistündige Film voll mit rührenden, peinlichen und lustigen Situationen. Beste Unterhaltung Fuck Jogate 3 Deutschland 2017 Regie Borada Tekin mit Elsen Barik Katja Riemann Jela Hase Uschi Glas 108 Minuten Minuten